Hey Leute! Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Frenbo. Mein Name ist Echo. Willkommen auf meinen Kanal. Yo! Boah, ich sollte Rapper werden oder so ein Scheiß. Ja, wie gesagt, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Frenbo. Ich bin jetzt mal wieder zurück von der DreamHack in Leipzig. War ganz lustig, war ganz lustig. Frank Serious getroffen. Verdammt cooler Typ. Richtig cool. Ich bin mal gespannt, ob das nächstes Jahr ein bisschen größer wird. Das war... DreamHack war ein bisschen klein. Das kommt ja, ich glaube, ursprünglich aus Schweden oder so. Ich glaube, Schweden. Und wie gesagt, war richtig cool. Also es war so gar nicht mal schlecht. Es ist hauptsächlich so E-Sports gewesen und so weiter und so fort. Ich will jetzt aber nicht zu lange darüber quatschen, sondern mit dem Spiel loslegen. Oder weitermachen, besser gesagt. Ja. Wir sind, wie gesagt, Frenbo und wir sind jetzt auch in der Bibliothek von Eterster. Wir sind dort endlich hineingekommen und ich habe schon in der letzten Folge gesagt, hier sieht es nach Rätsel aus. Ich bin mal gespannt. Fangen wir erstmal mal hier die dicke Knolle. Hallo. Was liest du da? Ein Buch mit vielen Buchstaben. Manchmal finde ich Buchstaben sehr gruselig. Vielleicht solltest du dann etwas mit vielen Bildern lesen. Oh, ja. Irgendwann mal mal, Liebes. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Oh, tut mir leid. Entschuldige mich. Oh, okay. Hallo. Was tust du da? Ah, ich suche mein besonderes Buch. Oh, tut mir leid, dass ich frage, aber... Warum stehst du auf einer Leiter? Du hast Flügel. Ah, weil die Leiter zum Benutzen gemacht wurden. Natürlich. Ist logisch. Aber was, wenn ich sie bräuchte? Äh, brauche. Dann solltest du warten, bis du dran bist. Aber wenn es ein Notfall ist und ich nicht zu lange warten kann? Dann hättest du vor mir ankommen sollen. Tut mir leid, aber ich muss weiter suchen. Arschloch. Er guckt dabei zu. Ist ja cool. Hallo. Oh, hallo. Warum liest du nicht? Oh, weil ich erst ein besonderes Buch finden muss. Ah. Besondere Bücher sind toll. Das, was ich hier lese, ist auch sehr besonders. Oh. Das ist toll. Nun, ich suche dann mal weiter. Nach meinem besonderen Buch. Toll. Hier ist ein... Äh, was ist das denn? Och nö, nicht so ein Rätsel. Bitte nicht sowas. Oh Gott. Oh. Das ist toll. Es müssen E-Tester-Zahlen sein. Ja. Eins, zwei und drei und vier und so weiter. Muss ich mir sowas merken? Okay, dann ist das hier wahrscheinlich... Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, dann ist das X-Chromosom mit dem Punkt oben also zehn. Zehn, zwanzig, dreißig und vierzig ist dann halt mit so einem... Ach du Scheiße. Oh Gott. Okay, ich mach mal das mit dem eins, zwei, drei bis vier ist noch okay. Ab fünf ist es ein E. Oh Gott. Oh, das merke ich mir nie. Alter. So, was liest du hier, du Arschloch? Oh. Mhm. 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 Okay. Oh, weiße Hasen. Sie werden zu Abend essen. Sieht so aus, als hätten sie Spaß. Ich hoffe, es ist so. Mhm. Zwei Hasen. Dann drei Hasen. Und dann fünf. Zwei, drei, fünf. Okay. Oh Gott. Oh, hier sind so viele Bücher. Alter Finne. Ich sehe so viele Bücher. Ich glaube nicht, dass das Buch des Zauberers in den Regalen steht. Natürlich nicht. Der Zauberer sagte, dass sein Buch sich vielleicht versteckt. Hier ist eine Kurbel. Hehe. Drücken hilft nicht, Liebes. Versuch es aufzuschließen. Aufschließen? Ja. Mit dem Schloss direkt neben dir. Mit den Knöpfen. Weißt du? Das I- Was? Das Edward Schloss. Edward. Das stand doch mal in, ähm, ähm, äh, na sag schon hier in dem, in der Anstalt unten in den Keller. Oder? Da stand doch Edward, oder nicht? Edward? Das klingt vertraut. Natürlich klingt es vertraut. Wir sprechen hier über Edward. Er ist schon einer. Er hat das Schloss zum Spaß gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Hehehe. Zum Spaß. Naja. Ich versuche dann mal, es zu öffnen. Mach du mal. Frag mich, wenn du etwas brauchst. Okay. Ich sehe so viele Bücher. Ich glaube nicht. Okay, das ist, da sagt sie also dasselbe. Okay, dann schauen wir uns mal die lustigen Zahlen dann. Mhm. Also, das ist eins. Das sind zwei Einsen. Okay. Und dann war das, äh, äh, warte. Zehn? Äh? Oh Gott! Hm, was ist das für eine Zahl? Ich habe es schon wieder vergessen. Scheiße! Äh, wo waren das hier? Okay, ein X mit einem Punkt ist der zehn. Gut. Also, denn elf? Ne, Quatsch. 21 ist das dann, oder? Mal gucken. Müsste 21 sein. Also, eins, eins sind dann 21. Aber vielleicht kann mir die Knölle nochmal helfen. Hallo, ich möchte dich nicht stören. Ja, liebes? Was ist los? Ich brauche Hilfe mit dem Schloss. Ich verstehe die Bedeutung nicht. Nun. Es ist so einfach wie eins plus eins zusammenzählen. Oh, verstehe. Danke. Ich versuche es nochmal. Äh. Okay. Also, eins plus eins. Müsste dann zwei sein. Zwei. Eins plus zwei ist dann drei. Zwei. Zwei plus drei müsste dann fünf sein. Fünf wird glaube ich eher hier. Äh. Was war das jetzt hier? Drei. Drei plus fünf ist dann die acht. Das könnte der hier sein. Zwei. Acht plus fünf. Okay. Jetzt wird es peinlich. Acht. Neun. Zehn. Warte. Acht. Neun. Zehn. Äh. Dreizehn. Äh. Dreizehn. Der hier. Haaa. Okay. Das war jetzt eigentlich doch relativ leicht. Ich muss jetzt zwar meine Hände zum Zinn benutzen. Aber das ist... Weiß ja keiner. Okay. Das war dann wirklich so... Das kommt jetzt eigentlich so rüber, als hätte ich jetzt irgendwo nachgelesen. Habe ich aber nicht. Ich habe mich jetzt bloß an die Worte erinnert. Von dieser einen Rübe. Diese eine Zwiebel. Diese eins plus eins, zwei. Zwei plus eins ist drei. Drei plus zwei ist fünf und so weiter. Und weiter kenne ich den Text nicht. Okay. Das kann ja bloß das Rätsel gewesen sein. Okay. War jetzt doch nicht so schwer. Ja. Ich würde mal sagen, das war's. Hä? Was soll ich denn dann machen? Hä? Oh, Alter. Ach. Chee? Ehhhh. Ehh. Arschloch! Ich meine, wow, hey, das war... Voll cool. Ist das it what? Das muss das Buch des Zauberers sein! Ich komme nicht dran. So typisch. Okay. Wir brauchen die Leiter. Ey du Arschloch. Entschuldigung, ich brauche die Leiter jetzt wirklich. Ich auch. Du weißt schon, dass Flügel brennen können, ja? Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Man, verbrennen. Ich stecke das Messer lieber weg. Ich möchte ihm niemandem wehtun, aber ich möchte. Negativ. Ach, verdammt, ich dachte, wir können ihn irgendwie da mit Angst einjagen oder sowas. Tja, wie kommen wir jetzt an die Leiter ran? Können wir hier nochmal irgendwas machen, nö? Ich habe es schon gelöst. Können wir den nochmal? Dreht sich nicht, vielleicht muss ich erst das Buch aufheben, okay. Viel Spaß beim Buch lesen. Oh, vielen Dank, Liebes. Ja, toll, wir kriegen jetzt... Ach, warte mal. Ah, okay, ja, okay. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Klack. Genau. Weil... Achso, es geht gar nicht dahin. Die kann man... Die ist bloß zum... Ja, okay, typischerweise wie in der Bibliothek. Die kann man bloß von links und rechts schieben. Ähm, es wurde ja gesagt, bloß Herbst und Winter ist offen. Also kann ja bloß da einer da sein. Ah, guck mal. Ja. Genau. Also wie sie gerade guckt, so habe ich mich vorhin gefühlt. So ganz kurz so. Und das Lachen, das war doch das vom Clown. Dieser scheiß gruselige Clown. Entschuldigung. Ich brauche das Buch. Okay, kann man das untersuchen. Oh Gott. Oh, das sieht interessant aus. Den Text kann ich aber nicht lesen. Ich erkenne die vier Jahreszeiten und die Kreaturen. Okay, Winter. Es könnte Frühling sein. Ich weiß nicht. Sommer. Herbst. Der große Zauberer malt wohl gerne. Ja. Ah. Ich wünschte, ich könnte es verstehen. Vielleicht steht da, dass Bäume angucken super ist. Hm. Okay. Was ist das denn? Ich habe noch nie gesehen, dass ein Skelett ein Baby bekommt. Scheinbar wird das Kind mit einem großen Kopf geboren. Menschen mit großen Köpfen sind toll. So wie ich. Okay. Alter, was ist das für Zeichnungen, ey? Das sieht aus wie irgendein Zyklus. Ich frage mich, was es bedeutet. Vielleicht Jahre? Ich denke gerne, dass es fünf von mir gibt. Vielleicht ist es also das. Was? Also das oder also so? Das fünf von mir. Vielleicht ist es also das. Wieso sollte es fünf von dir geben? Ah, den kennen wir doch. Das Monster. Scheinbar lieben die Leute ihn. Warum sollten die Leute ein böses Monster lieben? Vielleicht haben sie Angst. Aus Angst tun wir oft dumme Dinge. Hm. Okay, wir haben also das Buch. Kommen wir überhaupt einfach so raus? Und da wundert sich nicht, warum wir da drinne waren. Das ist, äh, okay. Ich frage nicht weiter nach. So, dann können wir jetzt zum Magician gehen. Mal sehen, ob wir uns wohl da irgendwelche Mystifikationen begegnen. Wie auch der letzte Titel hieß. Ich hab mal gucken, wo ging es denn da nochmal lang? Ich weiß das schon oder nicht mehr. Und hier in diesen komischen Club müssen wir auch noch irgendwie reinkommen. Da, mal schauen. Ah, okay. Wir müssen also nicht so lange warten, bis... Okay, alles klar. Hä, ich hab's vollständig. So, äh, Herr Zauberer... Hä, da fehlen noch grad ein paar Sachen. Okay. Ähm, hier, Herr Zauberer. Ich hab dein Buch. Hier ist ihr Buch. Es war in der Musikbox. Ich habe die Puppe gesehen. Hä, hä. Das Eat-Wort-Schloss. Das klingt nach Spaß. Danke für das Buch. Jetzt erinnere ich mich an viele Dinge. Viele, viele Dinge. Und was jetzt? Es sind noch zwei Dinge auf dem Stern. Ja. Fisch im Wasser. Ach stimmt, ja. Wir mussten ja mal erst nach und nach. Okay. Fisch, freischwimmender Fisch. Geh zurück, kleiner Fisch. Geh nach Hause. Okay. Wow. Sie haben den Fisch aufgeweckt. Ja, weil ich mich erinnert habe, wie es geht. Ist es nicht wunderschön? Das ist magisch. Können Sie das auch mit anderen Wesen machen, wie Menschen? Natürlich. Aber nur, wenn die Umstände gut sind. Okay? Aber die Umstände sind oft nicht positiv. Ich verstehe. Hm. Also. Wir müssen die fehlenden Steine finden, ja? Der Fisch hat mir gesagt, dass meine Schuhe an den Füßen eines tollen Tänzers sind. Okay. Wir müssen jetzt also in die Bar hundertprozentig. Weißt du, wo der Tänzer sein könnte? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß. Ich gehe und schaue nach. Ja, toll. Wie kommen wir da aber rein? Also, ich kann mir auch vorstellen, wo er sein könnte, aber halt nicht hier. Das wird auch noch ein lustiges Rätsel, denke ich mal. Halt, das war doch hier. Ist jetzt bloß bei Winters, deswegen fehlt dir das Gedingse. Hm. Hallo noch. Hallo noch mal. Hast du da ein besonderes Ticket gefunden? Die Show fängt gleich an. Ich habe die Stimme vergessen. Scheiße. Wir brauchen echt ein besonderes Ticket. Ticket, 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 ticket. Wie kommen wir an das Ticket? Und vor allem, wen können wir da fragen? Hm. Ich bin im Überlegen. Und vielleicht finden wir in der nächsten Folge heraus, wie wir an das lustige Ticket kommen. Dann sage ich erst einmal, haut rein, fahrt nicht bis auf ein Auto. Vielen Dank fürs Zusehen und Tschüssi. 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 Tschüssi.